Falls ihr das Spiel auch habt, könnt ihr mir ja eure Level-IDs in die Kommentare schreiben. Und dann... Spiele ich die vielleicht irgendwann mal? Im Rahmen der nächsten 3 Jahre? Oben, unten Mario und die Baulage... Oh nein... Oh nein... Lass mir das mal umkommen, dass sich nie passiert... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist perfekt. Das ist richtig. Das war's für heute. Ahhh, ja 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 ja. Da ist ja etwas zu sein. Wäre wohl schlauer gewesen da in die andere Richtung zu gehen, he? Aber wisst ihr was? Ist mir egal. Steine Guckerin Nein. Aber das hat immer Spass gemacht. Ich probiere mal etwas. Und zwar wirklich komplett alles bescheissen mit diesen Dings. Wie wird das ich und dann komme ich. Ich habe das hier. Ich freue mich. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Dein Altnerd. Schlau, schlau, schlau. Ach so! Vermollideit! Habe ich die Jackpot eigentlich aktiviert? Ich glaube nämlich nein. Ja. Ach. Das fühlt sich mächtig an. Ja. 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 Oh Nein Firmalität Stimmt, ich habe noch einen Checkpoint Stimmt, aber egal Oh, das war knapp Ganz knapp Ganz, ganz knapp Die beiden Münzen lohnen sich nicht Und zack Die beiden Münzen lohnen sich nicht Das bringt's voll Das Zeugs Und nein, ich werde das nicht in jedem Level Bis jetzt machen, das habe ich jetzt einfach Aus Jux und Tollerei gemacht Und Applaus Genau 60 Münzen haben wir eingesammelt Also ohne ein anderes zu zählen Heute leider noch nicht, fertig Und es gibt viel zu tun Das ist schon recht Allerdings habe ich etwas gesehen Und zwar Bei dem da hinten kann man das Zeugs machen Und wir haben 700 Geld Und darum bauen wir eine Kanone Sehr schön, oder? Und eine Kanone Genau, ja, auf die Münzen Sehr schön So, und weil ich mich so dumm angestellt habe Sind wir auch schon wieder am Ende angelangt Die 9-10 Minuten Weil ich sonst Ewigkeiten brauche Bis ich alles vorprovisiert habe Und darum wünsche ich euch jetzt Und heute Tschüss Und einen schönen